Langeweile Schwermütig ziehen die Tage nun an uns vorbei, beraubt der unbeachteten Schönheit der kleinen Dinge, des Abenteuers des Alltags, des Wehen der Winde im Frühling, des Rauschens der Bäche, in der von uns so geliebten Natur. Dabei waren es doch wir, die uns versprochen haben, allzeit bereit zu sein, fröhlich und unverzagt unseren Mitmenschen zu helfen. Ich frage mich, was ist davon geblieben? Lassen wir uns wirklich kleinkriegen? Oder sind wir es, die nun am richtigen Pfad vorausgehen, gegen die Langeweile ankämpfen und in den eigenen vier Wänden ein Weltreich der Fantasie begründen, wie es die Welt noch nicht gekannt hat? Mögen die Spiele beginnen, Scout Games Scout Games 1. 1. Untertitelung des ZDF, 2020